Am 17.01. erscheint das neue Sonderset prismatischer Entwicklungen und in diesem Set haben wir keine Displays. Bedeutet, wir bekommen unsere Booster nur aus gesonderten Produkten wie die Trainerbox, V-Boxen, Blister, Minitens und so weiter. Und dabei stellt sich die Frage, was soll ich mir denn jetzt davon holen? Im heutigen Video werde ich euch alle Produkte zeigen, ich zeige euch alle Preise, was ist Preis, Leistung, der beste Deal, sowie meine Meinung zu jedem Produkt. Von daher würde ich sagen, fangen wir an. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht mehr verpassen wollt, denn ich mache das mit allen Sets, lasst auf alle Fälle sehr gerne ein Abo da. Und wenn ihr das auch sicher und auch vor allem zu fairen Preisen vorbestellen wollt, kann ich euch meinen Shoppartner Puggy, wird nur wärmstens empfehlen. Dort zahlt ihr wirklich faire Preise, teilweise unter dem Marktpreis und die arbeiten nur mit garantierten Mengen, was die Vorbestellung auch sicher macht. Als Feste an der Sache, ab 30 Euro Einkaufswert, bekommt ihr ein zufälliges Gratis-Booster. Das müsst ihr im Warenkorb haben. Ihr nutzt den Code SERHASH und dann werdet ihr damit überrascht. Vielen lieben Dank Freunde, das supportet aktiv den Kanal. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Erstmal die Basic-Infos zu prismatischer Entwicklungen. Das wird ein sehr, sehr, sehr starkes Set auf alle Fälle. Alle 8 Evolutions werden eine EX sowie eine Stellar Terra Pokémon Karte bekommen. Und das Set erscheint am 17. Januar. Die Booster-Packs sehen wie folgt aus. Wir haben hier die Evolutions sehr, sehr stark vertreten. Ich persönlich finde, dass die Covers wirklich stark sind. Wir haben hier mal was anderes. Wir sehen, dass sich die Pokémon-Kampagne hier bei dem Set sehr, sehr viel Mühe geben wird. Und das Set ist ein Set, was viele neue Sammler reinholen wird. Und das weiß auch die Pokémon-Kampagne, weswegen ich auch sehr stark davon ausgehen werde, dass wir auch viele Produkte auf dem Markt bekommen werden. Wir sehen zum Beispiel auch, dass die Pokéball-Reverse-Foil-Karten sowie die Masterball-Reverse-Foil-Karten in diesem Set vorkommen werden. Das hatten wir das letzte Mal oder das erste Mal im japanischen 1-5-1-Set. Und das ist ein großer, großer Punkt, der da mitspielt. Leute sind viel motivierter, mehr Booster aufzumachen, weil sie alle Masterball-Karten sammeln wollen. Aber Masterball-Karten sind seltene Karten. Ob das genauso gut aufgenommen wird wie bei 1-5-1, das kann ich euch nicht sagen. Weil bei 1-5-1 hatten wir den Charme der Kanto-Pokémon. Hier haben wir auch wahrscheinlich auch neuere Pokémon. Aber keine Ahnung, ob das gut oder schlecht wird. Ich denke, es ist unterm Strich eine coole Sache. Erstmal Infos zum Set. Wir haben über 175 Karten. Eevee, Illolutions, Estella, Terra, Pokémon, EX. Illustration Rare und Spezial-Illustration Rare Karten sollten wir in dem Set haben. 6 Ace-Back-Trainer-Karten. 10 EX sowie 15 Terra EX Karten. 12 Ultra Rare Supporter Karten. 32 Spezial-Illustration Rare Pokémon EX und Supporter Karten sowie 5 Hyper Rare Gold Pokémon EX Karten. Wir kennen das zum Beispiel aus Drachenwandel. Da hatten wir auch das Phänomen, dass wir unglaublich viele alternative Artwork-Karten hatten. Und die begehrtesten, wie zum Beispiel Nachtara V-Max, haben davon profitiert, indem sie unglaublich wertvoll wurden. Weil es ist nicht leicht, so einen Hit zu ziehen. Und dann den richtigen Hit zu ziehen, das macht es noch viel schwerer. Bei dem prismatischen Entwicklungs-Set werden wir viele tolle Spezial-Illustration Rare Karten haben. Aber wenn du dann unbedingt die Beste ziehen möchtest, gehen wir mal von Nachtara aus, wird das sehr, sehr, sehr schwer sein. Was auch hier die Karte sehr, sehr wertvoll machen wird. Bin sehr, sehr gespannt. Das erinnert mich sehr stark an Zenith der Könige. Da hatten wir auch ein unglaublich großes Subset mit vielen alternativen Artwork-Karten. Und wir gehen jetzt rein mit dem ersten Produkt. Und das ist die Prismatic Evolutions Pokémon Center Elite Trainer Box. Die erscheint am 17. Januar. Hat einen US-UVP von 59,99$. Und der große Haken an der Sache, diese Box gibt es halt nur in United Kingdom, in Amerika oder in Kanada im Pokémon Center. Wir haben hier einen neuen Booster drin. Das ist so aufgebaut. Das ist ein bisschen anders vom Design. Und wir sehen hier gleich, wir haben hier zwei Promokarten. Einmal das normale Evoli, einmal die Pokémon Center Evoli Version. Und hier nochmal im Detail, wir haben dann hier in der Mitte bei der zweiten Karte den Stamp. Und bei der anderen Karte haben wir keinen Stamp. Das macht die Box so viel wertvoller, weil sie erstmal limitierter ist im Center. Und sie nur dort erhältlich ist zu einem UVP-Preis. Und wenn wir die kaufen wollen, werden wir wahrscheinlich mindestens dreistellig zahlen. Also 100 Euro aufwärts. Wenn wir mit 100 Euro rechnen, zahlen wir hier pro Booster 11 Euro. Und das ist halt zum Aufmachen keine Option. Weswegen ich sie jetzt hier in eine Tierliste packe. S ist das Beste, D ist das Schlechteste, B ist die Goldene Mitte. Und zum Aufmachen ist die Centerbox schlecht. Weil wir sie hier herschiffen müssen über einen Proxy-Account und viel zu viel zahlen. Aber für den Investmentfaktor ist das mit Abstand nicht das Beste. Das will ich noch gar nicht mal in den Raum werfen. Aber eines der interessanteren Produkte. Ich würde es aber trotzdem mal hier ins D-Tier reinpacken, weil wir uns hier auf das Opening fokussieren. Wir wollen die Sachen aufmachen. Das ist wichtig. Das nächste Produkt, was wir haben, ist die normale Elite-Trainerbox. Zu deutsch die Top-Trainerbox. Die hat einen UVP von 59,99 Euro. Wir haben hier neun Booster enthalten. Und die sieht rein optisch genauso aus wie die Centerbox. Das ist sehr, sehr schade, dass wir hier leider keine unterschiedlichen Designs haben. Das ist so das gängigste Produkt bei einem Sonderset. Wir sehen auch hier bei den Produktbildern einen klaren Unterschied. Wir haben hier links zwei Booster weniger. Keine Sorge, Freunde. Wir haben hier trotzdem eine Promokarte dabei. Auch wenn sie jetzt hier mal nicht abgebildet ist, weil sie ist hier oben rechts abgebildet. So ist der komplette Inhalt von dem Produkt. Und ich finde, das ist ne super, super starke Sache. Weil wir hier ne klasse Promokarte haben, die jeder Evoli-Sammler haben möchte. Da bin ich mir 100% sicher. Ich finde auch die mitgelieferten Kartenhöhlen sehr, sehr, sehr cool. Und auch die Box an sich ist super, super schön zum Hinstellen. Players Guide, da haben wir alle Infos zu dem Set, wie auch alle Karten. Können wir leider noch nicht reinschauen. Die Kartentrenner auch echt wirklich sehr, sehr toll. Einfach, aber schönes Evoli-Design. Und nochmal die andere Seite der Kartentrenner. Die Würfel Evoli-Braun. Und einmal so ein Kristall, was zu dem Typ Terra-Kristall, der auch ganz gut passt. Die Trainer-Box ist ein wirklich schönes Item zum Hinstellen. Ist ein tolles Item zum Aufmachen, wenn ich das ranken würde. Wir zahlen hier, wenn wir da jetzt mit dem UVP rechnen. Das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. 6,70 Euro pro Booster. Wir bekommen das aber auch unter dem UVP. Das habe ich euch am Anfang ja schon mal angeteasert. Ich würde sagen, das hier ist auf alle Fälle schon mal ein A-Tier-Produkt. Wenn ich sogar ein S-Tier, ich würde es aber erstmal ins A-Tier reinpacken. S-Tier halte ich mir noch frei. Da haben wir auch andere Produkte, aber ist sehr, sehr stark. Das nächste prismatische Entwicklung-Produkt ist die Binder-Collection. Zu deutsch, die Ordner-Kollektion. Wir haben hier ein UVP von 39,99 Euro. Und das ist ein Produkt, das sage ich euch schon mal voraus. Das holst du dir einmal. Wir haben hier 5 Booster drin, wie man unschwer erkennen kann. Und einmal im Hintergrund den Ordner. Und ich finde, das ist eine wirklich feine Sache, dass die Pokémon Company so ein Produkt raushaut. Wir haben hier auch ganz filigran die ganzen Eevee-Entwicklungen im Hintergrund. Aber ich bin da bereit, einmal den Premium-Preis zu zahlen für einen Ordner. Aber 8 Euro pro Booster, also wenn man es mal umrechnen würde. Ist schon sehr, sehr happig. Ist vielleicht ein Ordner, den man sich auch öfters mal holen würde in die Sammlung. Aber dann würde ich ihn mir eher gebraucht kaufen. Weswegen ich es hier im Ranking ins C-Tier reinpacke. Zum aktiven Aufmachen. Einmal. Nicht mehr, nicht weniger. Das nächste prismatische Entwicklungsprodukt ist einmal die Poster-Kollektion. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben hier ein UVP von 17,99. Wir haben hier 3 Booster. Und wir sehen, oder können unschwer erkennen, dass wir hier die Eeveelutions mit dabei haben. Einmal Blitzer, Flammare, Aquana. Und wir haben einmal hier das Poster. Ich vermute, dass es wieder beidseitig bedruckt sein wird. Und einmal die Promokarten. Und hier bietet es sich halt an, alle Promos zu sammeln. Weil Spoiler, es werden noch weitere Eeveelutions folgen. Wie würde ich das ranken? 6 Euro pro Booster ist schon ein bisschen viel Geld. Ich finde aber trotzdem, dass die Poster-Kollektion ein gutes Mittelfeld darstellt. Weil wir halt hier Promokarten haben, die man vielleicht öfters in seiner Sammlung aufnehmen möchte. Vielleicht hat man eine Seite für Blitzer. Vielleicht hat man eine Seite für Flammare. Vielleicht hat man zufällig noch einen Eevee-Beiner, bei dem alle Eevee-Entwicklungen sind. Und dann hast du noch einen Ordner mit den ganzen Blackstar-Promokarten. Ihr seht, es bietet sich an, die Karten mehrmals zu sammeln. Und wir haben ein sehr, sehr ähnliches Produkt. Das ist einmal die Tech-Sticker-Kollektion. Auch 1799 UVP. Und wir haben hier Sticker. Wir haben hier drei Booster. Und wir haben hier auch weitere Eevee-Entwicklungen. Wie Filinara, Glaciola und auch Fuli-Purba. Fun Fact, Sienna und Nachthara fehlen. Bisher fehlen sie noch. Hier ist der Unterschied. Wir haben hier Sticker, bei dem anderen haben wir einen Poster. Ich würde es einfach gleich aufsetzen, wie die Poster-Kollektion. Und dann haben wir einen neuen Zyklus. Denn am 7. Februar kommen erst wieder Produkte raus. Und das sind einmal die Mini-Tens. Die haben eine UVP von 11,99 Euro. Kann man sich einmal ein Display kaufen. Vielleicht spart man da auch ein bisschen was ein. Ansonsten schauen die so aus. Und wir haben hier halt ein gesamtes Artwork. Was ich persönlich immer sehr, sehr klasse finde. Und für jede Eevee-Entwicklung haben wir hier auch ein Mini-Ten-Artwork. Fun Fact, jede Eevee-Illusion sitzt auf einem Stein, der eigentlich den Entwicklungsstein darstellen soll. Ich habe nicht ein bisschen kleine Erinnerungen, aber finde ich ist eine feine Sache. Wir zahlen hier 6 Euro pro Booster. Ist schon ein bisschen happig. Wir bekommen zwar auch noch eine Evoli-Münze und auch nochmal ein Infoblatt zu der jeweiligen Eevee-Entwicklung, die abgebildet ist. Aber 6 Euro pro Booster, das nimmt sich nicht viel von denen hier. Und sie haben noch einen Nachteil. Dadurch, dass Booster in einem Mini-Ten-Pack drin sind, können die eingedrückt werden. Das haben wir halt bei den Zweien hier nicht. Ich würde sie aber hier trotzdem mal ins Beet hier rein ranken. Generell sehe ich die hier alle gleich. Wobei, ich würde sie ein bisschen schlechter ranken, weil das hier sind Promokarten, die ich wirklich sehr, sehr gerne mehrmals in meiner Sammlung habe. Und hier haben wir halt keine schöne Promokarte. Aber zahlen den gleichen Preis pro Booster. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Denn am 7. Februar erscheint auch die prismatische Entwicklung Surprise Box. Und dazu gibt es noch nicht viele Infos. Wir wissen zum Beispiel, dass wir hier eine Promokarte haben. Eine zufällige Promokarte. Vier Booster und vier Kartentrenner. Ich finde, rein optisch ist sie eigentlich aufgebaut wie ein Tools-Kit. Ich denke, das wird auch so eine Tools-Kit-Box sein. Aber wir haben weniger Inhalt. Wir haben kein spielbares Deck, aber dafür eine Promokarte. Und was hier geschrieben wird, es könnte halt eine zufällige, eine random Edged Promokart featuring Eevee. Or one of its Eevee illusions as a Stellar Terra Pokémon EX. Es könnte alles mögliche sein. Es könnten Terra EX Karten sein. Es könnten Art Rear Karten sein. Es könnten aber auch alternative SAR Karten sein. Sie schreiben hier bewusst rein Edged Promokart. Und dieses Edged spricht immer dafür, dass sie holographisch ist, ein bisschen hochwertiger ist als eine normale Bulkkarte. Wir haben hier einen UVP von, ich rechne mit 29,99€. Es könnte auch bis 34,99€ kosten. Je nachdem, was für Promokarten wir da drin haben, wird das Produkt stonken. Und wenn da alternative Artwork-Karten drin sind, schau. Dann wird das sehr, sehr, sehr krass. Aber wir gehen erst mal mit dem, was wir hier haben. Wir zahlen hier pro Booster 7,50€. Die Promokarte ist einfach entscheidend, ob das ein S-Tier-Produkt ist oder ob das hier ein C-Tier-Produkt ist. Stand jetzt würde ich sagen, ist es ein S-Tier mit der Intention, wir bekommen wirklich starke SAR Karten. Oder zumindest Artwork-Karten. Dann sehe ich das als S-Tier-Produkt auf alle Fälle. Wenn das nicht der Fall ist, die Karten einfach nur Terra-Kristall-I-X-Karten sind, da wurden ja auch schon alle Evolutions bekannt gegeben, dann ist das für mich vielleicht ein C, wenn nicht sogar ein D-Tier-Freunde. Ich packe es erstmal, weil ich guter Dinge bin, ins S-Tier rein. Aber was glaubt ihr, was werden wir da für Karten bekommen? Und nun haben wir ein Produkt, was der Theorie das Beste ist, wenn ihr nur aufmachen wollt. Und das ist die prismatische Entwicklung Booster Bundle. Das erscheint am 7. März. Das macht die Pokémon-Company sehr, sehr schlau. Erst dann kommt das raus. Wir zahlen hier UVP 29,99 Euro. Und wir sehen hier ganz klar alle Entwicklungen drauf. Ist ein schönes Produkt, aber das hier ist wichtig. Includes 6 Booster-Packs. Nicht mehr, nicht weniger. Ihr zahlt für keine Promo, ihr zahlt für keine Münzen, ihr zahlt für keine Sticker, ihr zahlt für keinen Poster oder einen Ordner oder irgendwelchen Promo-Karten. Ihr zahlt nur für die Booster. Jetzt zahlt ein 5er pro Booster und das ist dann halt zum Aufmachen eigentlich besser als eine Trainerbox. Das Produkt ist aber Mangelware. Es ist nicht immer so gut verfügbar, weswegen es dann auch oft über den UVP gehandelt wird. Wir gehen mit dem UVP rein. Ich sage, es ist ein A-Tier-Produkt. Je nachdem, wenn man aber jetzt die Trainerbox für um die 40 Euro bekommt, dann switcht das natürlich. Aber erstmal nach dem UVP-Preis. Aber ich denke, ihr versteht, wie ich das meine, dass das beides eigentlich gute Produkte sind. Und was wir auch haben, ein spannendes Produkt, was am 25. April erscheint, ist die prismatische Entwicklung Accessoire-Beutel-Spezial-Kollektion. MSRP ist da nicht bekannt, aber es gibt bereits Preise im Netz. Ich sage mal 34,99 Euro werden wir hier ungefähr zahlen müssen, UVP. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Booster. Und wir haben hier einen Evoli-Beutel. Das ist so eine Art Beutel für Equipment vermute ich. Den kann man wahrscheinlich hier oben zuschnüren. Das ist wie die Ordner-Kollektion. Einmal holen, fertig. Einmal aufmachen, reicht mir vollkommen aus. Jetzt hier, ja Freunde, 7 Euro pro Booster ist halt schon sehr, sehr happig. Ich brauche den Beutel nicht mehrmals. Ich würde ihn mal hier ins C-Tier rein ranken. Wobei ich sagen würde, mehr Leute kaufen eher ein Post-Ordner-Kollektion als eine Beutel-Kollektion. Und deswegen ein schlechtes C-Tier. Aber ist eine schöne Sache. Auf alle Fälle schön, dass sie neue Sachen mit reinbringen. Finde ich toll. Dann haben wir nochmal zwei Produkte, die ich in diesem Video erstmal nicht featuren werde. Die Prismatic Evolution Super Premium Collection. Die erscheint am 16. Mai. Wir haben keine Infos, keine Bilder, keine Preise. Wir haben aber vor kurzem eine Glurak Super Premium Collection bekommen. Und ich erwarte, dass das so in die Richtung gehen wird. Aber kann man auch nicht zu 100% sagen, weil sie haben auch für den 26. September die Prismatische Entwicklungen Premium Figuren Kollektion angeteasert. Das sticht sich so ein bisschen. Vielleicht wird das dann sowas sein, wie die von Verborgenes Schicksal, die Requaza Figuren Kollektion. Beide Produkte sind auf alle Fälle sehr, sehr pricey. Um die 100 Euro. Das kann ich erstmal nicht ins Video reinnehmen, beziehungsweise auch nicht hier ranken. Sollten wir hier aber SAR-Promokarten haben, dann ist das für mich E-Cine S-Tier-Produkt. Weil das ist der springende Punkt für mich, warum für mich ein Item S-Tier ist. Starke, wirklich, wirklich starke Promokarten. Kein iX-Bulk starke Karten. Aber ja, Freunde, das war mein Video dazu. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr die zukünftigen Videos für die folgenden Produkte nicht verpasst. Schaut auf alle Fälle bei PogiWird vorbei und denkt an das Gratis-Booster. Es muss im Warenkorb sein. Dann funktioniert der Code. Viele Leute wissen noch immer nicht, wie es geht. Und ja, macht's gut bis dann und schau, Freunde, es wird eine spannende Zeit mit dem Set.